In diesem Video zeige ich euch alle Fundeorte der Pflanzen in Star Wars Jedi Survivor. Ihr müsst insgesamt 10 verschiedene Samen aufsammeln und diese dann über dem Salon einmal im Garten anpflanzen und dann abwarten, bis die einmal komplett gewachsen sind. Die Pflanzen haben immer 3 Wachstumsstufen und nach jeder Stufe muss ich einmal nach den Pflanzen schauen, damit die neue Stufe angefangen hat. Es dauert ungefähr 40 Minuten, bis sie dann komplett gewachsen sind. Wenn ihr nämlich alle 10 unterschiedlichen Samen hier anbaut und dann 10 verschiedene Pflanzen habt, bekommt ihr einmal den Erfolg oder die Trophäe Wachstumsschub. Damit ihr hier oben einmal Pflanzen anpflanzen könnt, müsst ihr einmal Pili rekrutieren. Wenn ihr auf Jeddah wegen der Hauptstory unterwegs seid, solltet ihr direkt an ihr vorbeilaufen. Redet einfach mit ihr, damit sie anschließend einmal über dem Salon hier im Garten ist. Neue Samen, prächtig! Nachdem du einen eingepflanzt hast... Pili kann uns sicher mehr über diese Samen sagen, wenn wir sie eingepflanzt haben. Neue Samen, den Garten auf den Garten... Glocke. Ja. Glocke. Lass die Samen! Deine Noten. Danke. Glocke. 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 Dankeschön. Was ist das? Oh, ich nekau. Nalos! Komm schon, du blödes Vieh! Beweg dich! Wir lauten unsere heutigen Befehle, beobachten, Bericht erstatten und auf alle Bedrohungen reagieren. Nalos! Vielen Dank. Wir sollten diese Samen einpflanzen. Ich bin neugierig, was Pili darüber weiß. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Wir sollten sie in den Garten bringen.